Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Lippe ist seit über 50 Jahren meine Heimat. Aufgewachsen in Gresde war ich aufgrund des damals schon regen Vereinslebens stark mit Hellpupp verbunden. Dies ist auch der Grund, dass sich meine Familie und ich seit 1996 in Hellpupp wohnend hier so wohlfühlen. Zur Kommunalpolitik kam ich im Jahr 2014 als sachkundige Bürgerin. 2019 zog ich als Nachrückerin in den Stadtrat und bewerbe mich nun erstmals in ihrem Wahlkreis um ein Direktmandat. Um Zukunft für Erlinghausen mitzugestalten, sind meine Ziele, Kinder und Jugendliche durch gut ausgestattete Schulen und zeitgemäße Spielplätze zu fördern. Das beschlossene Klimaschutzpaket konsequent für Erlinghausen umzusetzen. Bei der Stadtentwicklung den Ausbau der Infrastruktur voranzubringen und bezahlbaren Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Einsetzen möchte ich mich auch gerne für den öffentlichen Personennahverkehr, um diesen auszubauen und einen halbstündigen Halt der Bahn in Hellpupp zu erreichen. Um meine Ideen und mein Handeln für Hellpupp und Erlinghausen auch weiterhin zum Wohle unserer Stadt eins bringen zu können, bitte ich um Ihre Stimme bei der Wahl am 13. September. Ihre Angela Paporowitsch Die Stadtentwicklung